Der 1,93 Meter Hühner hat einen weiteren Trumpf. In wohl kaum einer der vorherigen Staffeln performen so viele Talente Rock-Songs. Für den Sunrise Avenue Frontmann ein klares Zeichen. Es gibt einen Rockmann hier, der versteht Rock und der sitzt hier. Ich bin hier mit Rock für dich und wir rocken diese Show zusammen. Ich liebe diese Staffel, The Rock'n'Roll Voice of Germany. Samu ist der einzige richtige Rockstar von uns, weil er hat Sunrise Avenue zum Erfolg geführt. Weil ihm die Art Sunrise Avenue einfach auch zu verantworten. Samu bezieht sich ständig auf Rock'n'Roll, weil er natürlich in der bekannten Rock'n'Roll und Heavy Metal Band Sunrise Avenue ist. Das finde ich aber fair enough, das muss man schon sagen. Also alle Heavy Metal, Rock'n'Roll und Hard-Rock-Kandidaten stehen natürlich normalerweise auf Sunrise Avenue. Da hat er natürlich einen Wettbewerbsvorteil, das sehe ich auch so, ja. Samus größter Vorteil, sein Charme. Auffällig dieses Jahr, der Sunnyboy hat schon 10 Frauen in seinem Team. Ich glaube, bei den jungen Mädchen ist das so, dass sie vielleicht als The Voice-Guckerin die Jahre zuvor, wo sie eben noch wirklich klein waren, er immer der, mit seiner Witzigkeit und der clownesken Art, glaube ich, die meisten Sympathien oder das Vertrauen erwecken konnte. Samus' Stärken sind ja mit Sicherheit seine Erscheinung. Er ist, sieht man im Fernsehen nicht, aber er ist 2,78 Meter groß. Also er ist wirklich, wirklich sehr, sehr groß. Hat auch viele Muskeln und so. Also sein Unterarm ist so breit wie eigentlich mein gesamter Oberkörper. Vielleicht nehmen die auch einfach diesen Spruch, kommt zu Papa, zu Ernst. Die Coaches spüren, Team Samu wird zur echten Gefahr. Einen Sieg gönnen sie dem Finnen trotzdem nicht. Der wird es auch wieder schaffen, sein Megateam gegen die Wand zu fahren und irgendwie in den Live-Shows wieder alles falsch zu machen. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass Samu auch tatsächlich wieder versagen wird. Ja, es ist tragisch, aber irgendwie auch... Tragikomisch. Aber irgendwie auch nicht tragisch gerecht ist es, finde ich. Samu ist siegessicher. Trotzdem bereitet dem sonst so taffen Finnen der Gedanke an eine weitere Niederlage schlaflose Nächte. In Helsinki, es gibt diesen Marktplatz. Und ich glaube, wenn ich nicht gewinne, diese Staffel, die Finnen machen ein Statut da und es sagt, Samu Haber, Verlierer of the Voice of Germany, viermal. Ich muss gewinnen. I need it. Ich kann nie zurück in Deutschland kommen und in Berlin, Munich, München, Köln, Düsseldorf, Flughafen stehen. Mama, guck mal, da ist der Mann, der Verlierer von The Voice of Germany. Forster lernt für die Talente Finnisch. Ich hatte bei dir Kannaio. Ja. Das heißt Hühnerhaut. Ja. Hollywoodin Kukuloyle Ikkusesti. Hollywoodin Kukuloyle Ikkusesti. Hollywoodins forever, habe ich verstanden. Mark hat nicht Finnisch gut gesprochen. Es war total fair scheiße. Ich zum Beispiel spreche Hochdeutsch und Marks Finnisch war nicht Hochfinisch, war Unterfinisch. Das hat er gesagt. Zu mir hat er gesagt, ich war super. Das ist eine sogenannte Heavy-Termüse. Eine Frechheit. Ich glaube, dass ich da, dass alle Finnen mir recht geben würden, wenn ich sage, Finnisch ist auch wirklich eine beknackte Sprache. Ich verstehe ja kein Mensch, was hier los ist. Samu Haber spielt mit seiner Band Sunrise Avenue rund 25 Shows im Jahr. Und ist auf der Bühne voll Profi. Doch selbst der coole Finne hat vor allem zu Beginn seiner Karriere immer wieder mit Lampenfieber zu kämpfen. Ich glaube, wenn ich 16 oder 17 war und ich habe gesungen in der Highschool-Weihnachtsparty und Lampenfieber war buffel-size, dann mein Voice hat nicht so gut funktioniert. Es war like, out of my life und das ist ein Albtraum. Aber passiert nicht mehr heutzutage. Ich bin sicher wie Volkswagen und Diesel. Das ist ein Albtraum. Ich bin sicher. Ich bin sicher.